Hier setzt er sich gerade fest. Es ist noch nicht klar, ob der von uns ist oder von einem anderen Imker, der unterhalb hier seine Bienen stehen hat. Die Jungs erzählen, sie hätten den Schwarm Richtung Sportplatz kommen sehen und da stehen unsere Bienen ja nicht. Wir warten jetzt, bis sich alle festgesetzt haben und dann hauen wir den Schwarm in unsere Kiste. Kann jetzt noch ein bisschen dauern, weil die müssen ja auch erstmal gucken, wo sie alle sind. Vielen Dank.